Mach der Goschen auf, dann bist besser drauf. Widerstand, sie will was her, du musst schon mit ihr reden, ihr was erklären, ihr a Begründung geben. Du knallst was hin und nutzt es einfach schnell, wenn's weiter nix dazu sagst, dann wird's es a net versteh. Drum braucht ein Mal auf, den Reden noch besaßt, braucht ein Mal auf. Braucht ein Mal auf, den Reden noch besaßt, mal auf. Es ist das Geiz, mit der der Kommunikation. Du hättest dann nicht noch, ich glaube, dann, dann, denn es schon. Ob jeder besseres Verständnis, ob er da will. Von der dies und wann nicht, was sich jeder daran hält. Du machst ein Mal auf, den Reden noch besaßt, braucht ein Mal auf. Du machst ein Mal auf, den Reden noch besaßt, mal auf. Du machst ein Mal auf, den Reden noch besaßt, braucht ein Mal auf. Mocht ein Mal auf, dem Mädel macht man das Mal auf Ah, du bist und will nach Worschen freuen Wichtig ist, dass man nicht legt, dass man kurz sagt und sich nicht verbägt Ah, du bist und will nach Worschen freuen Dass man offen ist und klar, dass man ehrlich sagt, wo's war Ah, du bist und will nach Worschen freuen Dass man zuhört, wenn jemand was sagt, dass man antwortet, wenn jemand was fragt Ah, du bist und will nach Worschen freuen Dass man respektiert und des is klar, was sonst alles für die Karte war Ah, du bist und will nach Worschen freuen 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 Du bist und das ist ein nächstes Mal